Peace Leute, was geht aus? Kevin? Ich bin's Warbe. Und heute ein neuer Teil Backrooms Wreck. Frisch raus, es kommt 2024er Backrooms. Ich bin gespannt, ob die wild sind oder nicht. Ich bin auch sehr gespannt. Ist ganz frisch. War 10 Euro sogar. Ist schon eine Ansage. Fürs Teamverhältnis ist es ein bisschen höher. Da war es schon ein wildes Game auf jeden Fall. Ja man, wir sind gespannt. Diesmal Solo, diesmal zusammen. Backrooms Game haben wir auch nicht gespielt. Wir sind mal getrennt, ne? Aus sich haben wir uns getrennt gezockt. Daumen hoch für mehr Backroom Games auf jeden Fall. Es gibt noch mehrere. Ja man, wir zocken alles durch. Daumen hoch. Let's go. Let's go. Solo. Solo-Erkundung oder Found-Fotages? Was sagst du? Tutorial-Style? Äh. Warte, warte. Sind das separate Games jetzt? Frag ich mich auch. Irgendwie schon, oder? Chat. Wer weiß Bescheid? Statement. Ein kurzes Statement in Chat. Statement. Keine Ahnung. Das ist schon viel, Bro. Ganz trocken. So normalerweise würde man das denken. Also keine Ahnung. Start, sogar Start. Okay, dann machen wir. Ich würde jetzt Solo-Erkundung sagen, aber irgendwie... Sind das jetzt Kapitel? Hm. Wie ist das jetzt, Bruder? Das ist... Warum habt ihr noch diese Entscheidung? Was ist das? Wir belasten die einen, damit die... Wir wollen einfach da reinbuttern. Was wollen die? Die haben 10 Euro bezahlt? Wofür denn jetzt? So nach dem Motto, dafür 5. Das andere auf... Okay, mach Found-Fotages. Komm. Found-Fotages. Let's go. Komm. Steht oben fertig. Let's go. Mhm. So. Okay. Also gefundenes Material von den Backrooms. Interessant. Interessant. Sehr spannend. Abgespaced schon mal hier? Oh Leute. Material jetzt hier am angucken. Mal gucken, was geht. Du bist drin, Bruder? Ach so. Ich kann schon rumgehen. Krass. Okay, Found. Sieht aus wie ein Film, Junge. Boah. Mit einer Kamera von... 1900. Oh. Ich dachte, das steht ja. Leute, ich dachte, das wäre mein. Ja, ich dachte auch. Guck dir das an. Krass. Okay. Oh. Keine Ahnung. Huh. Hä? Hat mich einer weggefliegt oder was? Wie real das aussieht, Alter. Boah, das ist doch voll weird. Das sieht richtig real aus. Das ist doch gerade echt so ein... Heftiges... Boah. Alter, krass gemacht. Sieht heftig aus. Okay, wir sind einfach da gelandet. Es sind auch Pfützen einfach. Woher kommt das Wasser? Ja, man. Hat's hier geregnet? Ja, man. Schimmelt das da durch? Undicht hier. Denkst du, das sind eigentlich die gleichen Entwickler? Ja, oder? Andere, die hast du mich nachgehalten haben? Krass. Jeder hat so seinen eigenen Style. Boah. Dick Schimmel, Leute. Nies Schimmel. Okay, das sind die verschimmelten Backrooms. Ja, die verschimmelten Backrooms. Die fangen... Die sind so lange schon da, die fangen schon an zu schimmeln. Bist du, Mann. Irgendwas ist da undicht. Boah, ist das dunkel. Da drückt man elf. Hast du einen Taschenampel? Leider nicht, leider nicht. Schade, schade, schade. Oh, da ist doch was. Da ist was. Oh. Oh, Tageslicht. Hä, geht's da raus? Oh, man kann rausgucken. Alter, ich hab was einfach so drauf. Das ist ein Fenster. Oh, wir können rausgucken. Oh, das ist ein Licht. Ach, ein Licht. Ja, das ist auch die Tageslicht. Oh. 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 Leute, der Eingang. Wilde Tür. Okay, ich glaube, das sind Zeichen, die geht's nicht lang. Ja. Wie das System machen, entweder rechts bleiben. Ja, kannst du erstmal Freestyle ein bisschen gucken. Ja. Wenn wir gar nicht rausfinden, dann machen wir System. Oh, da ist eine Tür. Ich frage mich auch, sind wir alleine hier oder nicht? Ich glaube nicht, Bruder. Ich glaube, das wäre zu schön, um wahr zu sein. Einfach ein anderer Raum. Oder? Oder wie random? Digga, wie random ist das? Krass. Wie random ist das? Ja, Mann. Okay, wir müssen. Aber wir... System auspassen. Also, Labyrinth, wir müssen immer rechts oder immer links gehen. Ja. Okay, warte mal. Riesenraum. Okay, die ganze Zeit rechts. Ja. Okay, da ist ein Mix. Oder ist ein Schlitz. Oh. Kannst du da durchs? Waren wir da gerade? Ah, das war der Raum, wo wir waren. Okay. Ich halte mich rechts. Ich habe bis jetzt noch keinen gesehen hier. Ja, Mann. Ah, okay. Diese Dunkelheit. Ich glaube, das heißt... Da nicht lang. Oh, wow. Alter, was war das? Hast du gesehen? Was ist das? Hä? Geh mal da hin. Hä? Aber nur da war das, ne? Ja. Was war das? Okay, vielleicht die Grafik. Ah, war glaube ich schon Grafik für... Oh. Soll ich auf Kurs bleiben? Ja. Okay, wir halten uns rechts. Oh. Ah, da waren wir eben dieser Schimmel. Aber guck mal, ob das dann lang kann. Okay. Okay, theoretisch geht es ja dann hier nicht mehr lang, ne? Oha. Geheimgang. Geht da lang, geht da lang. Okay. Geheimgang. Zack, 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 zack. Weiter rechts halten. Ah, ah, ah. Ich glaube, warte, wenn wir jetzt hier eine Runde gehen, dann sind wir wieder da, ne? Ah, okay. Ah, okay, okay. Oh, da hinten? Ja? Ja, Mann. Geh mal da hin. Da hast du irgendwas. Okay, da müssen wir rein. Sieht anders aus. Da sieht es ein bisschen mehr nach Licht aus, ne? Okay, muss von der anderen Seite, glaubst du. So einmal raus, ne? Da war es zwar dunkel, aber ich laufe einfach mal durch, ne? Ach so, ja. Versuch mal. Okay. Mal guck in dir. Ach so, ja. Ach so, ja. Ich hab so ein Grundlicht. Labyrinthe. Ja, mal Labyrinthe vom Fangs. Ja, okay. Man kann einfach weitergeben. Was würdet ihr machen, wenn ihr da zwei, drei drin gefangen seid? Wäre schon schlimm. Wäre schon hart, ne? Wollen wir auf jeden Fall Ausweg suchen, ne? Natürlich, live gehen, Leute. Wenn man erst mal live starten, wenn man anfangen hat, auf jeden Fall. Kann man euch auch mitnehmen direkt. Dann nimmt man das mit, ne? Da haben wir unsere fetten Outdoor-Taschen lang. Oh. Was davon kam denn, glaub ich? Boah, ich verzweifle hier, Digga. Alter. Leute, kann man hier raus überhaupt? Digga. Ich glaub, das ist der Anfangsraum. Oh mein Gott. Digga. Geh diesmal so ein bisschen... Hast du links wirklich alles abgecheckt? Ich geh auch nach links. Oder geh durch den Schlitz und dann links die Wände? Hast du da wirklich alles links abgecheckt? Ja komm. Nochmal jetzt gründlich. Sonst erstmal rechts anfangen. Aber Labyrinth würden wir nicht so schaffen. Weil irgendwo muss es ja, wenn man reinkommt, muss es ja irgendwo einen Ausweg geben. Außer man kommt von der Decke rein irgendwie. Und dann Räuberleiter machen. Was ist das für ein Spiel Backrooms? In der Dunkel kannst du eigentlich nur den Wänden halten. Genau. Alter. Ey. Er sagt sogar mein Wortlaut. Wow. Alter Tom. Er weiß schon was er sagt. Ey. Komm. Ja, vielen Dank Tom, Bruder. W Tom in die Comics. Tom hat unsere Reaktion schon durchgespielt. W Tom in den Chat. Er hat zu viel gespendet. Ach so, das war. Ich dachte, das war beim Game. Du hast es auch einmal gemacht. Ich hab dich auch einmal sprachen. Ich weiß es nicht. Tom hat schon so viel gespendet, er kennt schon unsere Reaktions. Ja, Mann. Der weiß alles was er sagt. Der hat Spenden durchgespielt. Ja, Mann. Okay, check mal eher so rechts mehr ab. Was war da links? Ja, da waren wir, ne? Genau, da so. Oh. Okay. Wir müssen jetzt an. Oh, Ventilator. Okay, okay, okay. Was ist das? Krass. Couch. Gehen wir da, Telefon. Hä? 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 Drück mal Escape. Escape. Guck mal Steuerung. Jump. Ah. Ach so, Leertaste. Krass. Aber ganz schön, wie gerade ganz. Oder? Guck nochmal. Jump. Leer. Spacebar. Spacebar. Leertaste. Oder X. Hä? Auf jeden Fall, Leute. Hier müssen wir weiter, glaube ich. Aber. Wie hüpfe ich hier? So, wir müssen jetzt hier mit Kontrolle am Tanzen, ey. Ich guck mal kurz, ob hier noch irgendwas war. So. Man kann nicht springen, aber. Wenn man vielleicht später ist. Ich glaube. Wir müssen noch dahin, oder? Safe. Verzweifelt mal. Woop. Verlass den. Oh shit. Oh mein Gott. Oh shit. Alter habt ihr es gehört? Vielleicht gleich. Der war es schon. Ja. Drück mal Leertaste. Beides. Mit X zusammen. Hä? He? 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 Dann müssen wir da überhaupt was machen. Weil da hinten ist die Wand auch höher irgendwie. Guck mal. Als ob man da noch rüber kann. Ja. Da kann man gar nicht mehr über. Das ist, man kann ja nicht lang. Das ist ein verarsch. Einfach, ne. Re? Richtig random. Ich glaub, man soll ja verrückt werden. Ok. Geh ich halt mal. Geh da mal lang so ein bisschen. Ich halte mich mal links. Ja. Da hinten ist ein Schlitz. wir haben ein neuer raum oder kamen wir von da wenn wir jetzt von da kamen ich bin einfach gefangen jetzt fühl ich mich wirklich gefangen hier nachgucken wo ist mein handy also schon gerade ein bisschen hart nehmen wir schon einen wolf ab, ein kleiner anstupser vor allem kommen wir da halt nicht weiter was hell ist der ist bei so einem raum da ist so ein riesen sessel irgendwo also dieser raum ist gar nicht da waren wir noch gar nicht krass oder der kommt später da muss eine tür hat er sich eher rechts irgendwo ist die tür ich guck mal hier so ein geräusch also irgendwo bei dem sessel wo ist er da hingekommen irgendwo war das so eine wie so eine tür zum durchgehen hast du irgendwelche merkmale gesehen bei der durchgang ist so eine tür geh mal so nah durch guck diese weißen dinge auf dem boden da waren gemälde okay das glaube ich einfach aber das ist auch er wo immer helle räume waren ist nicht so dunkel gehen wir da durch der kam einen anderen raum raus okay wir müssen das system du musst einmal durchziehen das system wir müssen einmal durchziehen aber warte jetzt hier wo was war das jetzt was war das was war das geh mal zu dem hellen licht zu diesem einen hellen licht ach zu dem einen wieder? du bist da auch hingegangen ok 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 genau da können wir es auch in der mitte irgendwo aber sind auf einmal andere geräusche hier ja man das spiel schmeckt wir brauchen zu lange ein paar monster schon mal ja man vorschicken bruder wieviel schaum soll hier sein ja bruder all in digger ok ich glaube ne oh mein gott von da kamst du von da kamst du geradeaus geradeaus durch ja geradeaus ja dann so rechts ja hier ist es hier in der näher ah da 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 ok geht er so bleibt das stehen zack jetzt kommt es gleich sind wir gucken wir was und dann macht da einfach einen dicken cut ja ok ok genau hier genau hier geht er drunter ja geht er drunter wieder und werde erleuchtet und jetzt gerade nach Pult jetzt geht der links genau geht da rechts 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 ja こちら ach die warte guck mal wenn er durchgeht ist er auch dunkel dann brennt er irgendwie wieder dann geht er zurück rechts halten rechts halten da rechts halten ah dahint let's go genau da durch das neue raum rechts ist ein gemälde guck mal rechts Da waren wir eben, aber wir hatten diesen Schlitz gar nicht beachtet. Wo? Ne, da rechts war da so ein Schlitz. Geh zum Schlitz. Gabel, Essen. Essensraum. Guck mal hier. Da ist der riesen Sessel. Alter. Prezi Sessel Leute. Da hat der Backrooms Präsident seinen Thron gehabt. Meinst du das vom Monster? Frag ich mich auch mal. Ist das so riesig? Wieso verschiebt der sich? Das kann auch sein. Alter, ich werde weggekickt oder so? Pass auf. Irgendeine Präsenz ist da am Start. Ist so. Da ist die Tür. Draw your... Fearpad. Zeichne deine Angst. Okay. Okay. Oh. Ich will wieder Sachen zum Aufheben. Hm. Was ist das denn? Warum? Hm. Ja, tut mein Tag. Okay, habe ich ja aufgehoben. Gehen wir es zu malen auf jeden Fall. Wir sollen irgendwas malen. Erinnere dich an mich. Alles klar. Egal. Ist die Tür. Spaß. Oh shit. Neue Location. Junge, wie groß sind die? Was denn? Ach so, alles. Und die Bände sind richtig hoch. Ach so, alles, ne? Die größeren Backrooms. Das ist doch mal. Okay. Gibt es jetzt keine Monster da? Noch friedlich alles. Aber wir sollen irgendwas zeichnen. Wir haben Material bekommen. Noch eine Tür. Okay, die ist zu. Und da kamen wir. Mhm. Genau, wir haben das Material gesammelt, ne? Oh oh. Oh oh. Guck dich um. Guck mal nach hinten. Eigentlich überschaubar langsam der Raum. Geh nochmal zu diesem einen Licht. Oder sonst nochmal hinten da so in die Ecke. Genau. So. So. Ich muss ins Dunkle gehen. Nee. Aber eher nicht, ne? Geh mal da durch den Gang. Sonst vielleicht müssen wir irgendwas zeichnen. Vielleicht bei dem Licht, äh, bei diesem Riesenlicht. Da hinten rechts. Ah, das ist ja von oben so ein starkes Licht. Ja, vielleicht musst du was hin, kriegst du ab. Safe. Guck mal auf den Boden. Guck mal, ob du irgendwas zeichnen kannst. Was? Machen wir mit der Kamera? Achso. So, unser, äh genau, wir recorden die ganze Zeit. Hm. Momentan. So hinten. Ja so. Aber da war ein Pixelfehler. Geht die nicht auf? Oder musst du nur gegen drücken? Ne, ne. Die geht immer so ein bisschen auf, da kannst du eigentlich gegen drücken. Gründe mehr. Hässchen wenigstens. Oder müssen wir irgendwo was zeichnen. Geh nochmal da hin, zu dieser Tür. Oder hier sogar was zeichnen. Da ist ein Tipp. Diese Tür, Sonne. Warte. Bei der Tür Sonne. Sonne. Da ist ja ne Tür. Und Sonne. Vielleicht müssen wir ne Sonne drüber malen. Geh mal zu der Tür. Ja, zu der echten. Zu der anderen. Die zu ist. Achso. Die daneben. Ich muss da ne Sonne drüber malen oder so. Gucken wir mal, ob ich hier ansetzen kann. Ok, ich guck kurz noch. Alter, bisschen komplex. Hä, der hätte die Tür irgendwie aufbekommen. Die? Hat da einfach ein Cut? War da aber nur ein Cut? Halt die mal gedrückt irgendwie. Halt mal gedrückt. Alter, was hat der gemacht? Halt gedrückt. Hast du? Ja, ich halt gedrückt. Jetzt müssen wir vorher was aktivieren. Ich glaub, der hat irgendwas aufgemacht. Der hat irgendwas aktiviert, glaub ich. Ok. Ich glaub die Glocke läutet. Gut. Du musst alle jetzt die Glocke aktivieren, dann geht der Raum auf. Leute, die Glocke aktivieren, gibt uns Kraft. Aber hier war auch nichts im Raum zum Aufheben oder so. Hier geht aber auch die ganze Zeit nur rum. Was war das jetzt? Wir werden verfolgt die ganze Zeit. Hier ist nur ein schwarzes Loch. Ist die ganze Zeit rumgegangen irgendwie. Vielleicht steht da was. Wir müssen irgendwas aktivieren. Eigentlich da kommt man nichts wegen Inventar sehen. Achso, stimmt. Wir haben ja mehr Sachen aufgenommen. Genau. Ich glaub wir müssen da irgendwas noch zeichnen. Items. Mauswheel. Achso, Mausrad. Dreh mal dein Mausrad. Geh mal rein, dreh mal. Passiert nichts? Nee. Hä, geht auch noch rum. Auf einmal geht die Typer ihm auf. Ich hab einen Cut gemacht, auch geguckt. Ja man, der ist dicken Cut gemacht. Dicken Cut gemacht. Oh, verzweifelt so wie wir. Wiesen Cut. Vielleicht gedrückt halten und W drücken. So gegen drücken. Genau, geh mal gegen. Ja, der hat ja auch so gehalten. Ganz gegen. Jetzt geht er gegen. Geh mal ganz nah dran. Lol, ging grad so runter. Achso. Eben hab ich aber eh gedrückt. No joke. Krass. Top. Bro. Wow, die Schimmel-Rooms immer noch. Ja man. Die vor Schimmelten Backrooms drehen komplett durch. Jo, es geht. Hier ist das nächste. Geht durch, Bro. Woah, es geht ab. Es spielt hier wieder Escape the Aoki. Haben wir ja durchgespielt. Oder gibt es einen neuen Teil mittlerweile? Es war richtig wild, Alter. Es war crazy. Voll die Wege. Woah, shit. Was ist das? Einfach ein Ball. Trocken. Ey, yo. Kommt da ein Ball raus. Oh, nimm. Aufentspann. Du kannst ihn zurückwerfen. Lauf zurück. Geh da ran. Geh da ran. Nochmal. Vielleicht wirft er wieder zurück. Woah, was passiert jetzt? Woah. Brutal ins Face. Einfach ins Face. Waren nur einmal. Lass mich nicht bieten. Boah, ich glaub der dritt durch schon. Alter. Jetzt reicht's mir. Und. Woah, schau mal. Mgob, ein Creep. Hat irgendein Monster gar kein Ball gespielt. Ja man. Dick ins Face. Kein Essen, kein Trinken, Bruder. Einfach jetzt nicht überleben. Geh da überleben. Geh da durch den Schlitz. Schlitz sind mal gut. Ich glaube, das sind dann so die Weitercoveräume. Ah ne, geht gar nicht. Es geht nicht. Geh da über die Schlitz. sind wir dafür. Zu gut trainiert leider. Seitdem gespammt. Müssen wir ein bisschen abbauen, müssen wir ein paar Tage hier verbringen, dann können wir da durch. Eiweiß runter schrauben. Abknüpfen. Geht da diese weiße Licht. Oh, grüner Raum. Green Rooms. Aliens. Let's go. Das war doch eine Einstellung wegen den Zeichen. Was meinst du? Welche Zeichen? Statement. Oh shit. Geht hier ab. Miese Treppen, ok. Krass. Jetzt verändern sich langsam die Backrooms. Ja, geh mal da hin. Warte. Kannst du runterjumpen. Ich glaube von hier komme ich wieder hoch. Ich gucke, ob wir so hochlaufen können. Hä? Alter. Was? Ey Leute. Ganz ehrlich, hättest du es jetzt probiert? Hättest du es gemacht? Nein, ich habe gar nicht gecheckt, was du jetzt gemacht hast. Du hast es einfach getestet. Guck. Bist du an die Wand gegangen? Ja. Was zu hören? Normalerweise. Ach du Heilig. Bruder, mein Gehirn kommt gerade gar nicht klar. Guck, wir haben so geguckt. Von da kamst du? Ja und ich dachte ich geh jetzt hier hoch. Ich hätte es niemals probiert. Guck. Oha. Alter. Probier lieber studiert, Leute. Krass. Okay. Ey, ich kann doch mal hier hochgehen? Selbst hier? Ne, hier nicht. Geh jeder hoch? Ich weiß gerade gar nicht. Ich check gerade nix mehr. Oder? Ey, wieso ein Scanportfahrer? Ey, mir wird schwindelig. Ich verstehe gerade gar nix mehr. Alter. Ne, davon bist du gekommen. Ne. Oh mein Gott, bin ich durcheinander. Warte. Jetzt? Gehen wir da durch? Ich kann nicht weitergehen, Mann. Achso, okay. Geh jeder vorbei? Irgendwo anders? Warte, ich kam von so. Von da kamst. Ich kann aber hier rüber. Guck mal, was da ist. Ne, ich bin jetzt, ich bin ja völlig anders. Geh jeder ausrum. So, ne? Ja. Geh jeder hoch. Da? Also tränkt gar nix. Guck mal, was da ist irgendwie. Wer ist das so verwirrend? Da ist auch eine Wand, da kannst du wieder hochsliden. Alter, das ist ja ein Schaff. Irgendwann, Alter. Ja, Mann, Symbol. Hier? Kannst du da so, geh mal, versuch mal die Wand. Oh, da ist ein Green Room. Geh mal diese Wand jetzt hoch, ob du die trocken hochgehen kannst. Ne, die kann man, nur diese gebogenen Wände. Da war eine gebogene, an der Seite. Da hoch. Ah. Ja, aber geh erstmal Treppe runter. So. So. Und jetzt dann da. Ja, geh da hinten hin. Geh die Treppe runter. Jetzt da hin. Bestimmt. Okay, okay, okay. Kommen wir jetzt diesen grünen Raum näher. Pass auf, pass auf. Ja, da kannst du wieder hochsliden. Ja, man. Slide da hoch. Ich glaube, wir kommen dem näher, der richtig verrückt. Ja, Mann. Ah, nice. Wir sind wieder auf Kurs. Oh, was ist das? Ey, das ist so verwirrend für die Birne. Was ist das? Jetzt aber hier auch weh. Aha. Ja. Der verrückte Parcours. 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 Okay, dann fang gerade aus. Warte, sind wir wieder zurück bei der einen Tür? Oh mein Gott. Was? Nein. Egal, geh weiter. Halb Traum. Leute, da waren wir doch eben, oder? Aber hier ist doch ein anderer. Sieht nur so aus. Backrooms sind alle gleich schon. Lol. Oh, shit. Aufzug. Oh, easy. Krass. Was Neues. Aufzug. Aus dem Backrooms. Bin gespannt, ob man es bei dem Spiel aus dem Backrooms schafft. Ja. Was da das Ende ist. Weil im Endeffekt ist man immer in einer Bubble drin. Das ist ja das Prinzip. Kommt gar nicht raus. Ob es hier eine Story gibt oder nicht. Auf jeden Fall, ich glaube, wir sind... Oh, oh. Wir sind draußen, Bro. Oh, shit. Lange nicht mehr draußen gewesen hier in dem Backrooms. Wo haben wir geparkt? Wo ist unser Auto? Das war ein mieser Lambo. Wo ist er? Krasser Weib. Immer alleine die ganze Zeit. Das blinkt, das sieht gut aus. Was das denn bedeuten? Keine Ahnung. Wow. Oh, shit. Alter. Das ist das Monster von den Backrooms. Hast du gesehen? Ja, Mann. Lauf weiter. Oh, nice. Über die Tasche. Stark. Endlich. Aufzug geht schon auf für uns. Nein, wieder runter in die Backrooms oder was? Und schon wieder mit uns in den Kerker. Einfach in die andere Seite der Backrooms. Das hört nie auf, Digga. Jetzt geht es wieder in den Kerker mit uns. Kurz mal Luft geschnappt und dann geht es wieder in den Bunker. Na ja, Bruder, warum sind wir da rein? Wir sind einfach wieder zurück. Denkst du, das ist zurück oder im anderen Raum? Das ist der andere, aber es ging ja wieder ins gleiche Gebäude. Boah, Labyrinth. Ich weiß noch, bei dem einen? Man ist nur nach links und rechts gewinnen. Beim ersten Teil, ne? Ja, und das hat man verkackt einfach. Ja. 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 Was ist denn davon? Soll ich sprich? Ich glaube da gehen nicht da rein. Okay. Diesmal mit einer Taschenlampe. Ja man, auf dem Rand. Oh. Krass, die brauchen wir auf jeden Fall. Das sieht man nix. Was ist denn? Nimm die Leiter mit, kannst du die mitnehmen? Nein. Öp. Okay. 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 Okay, nochmal Backrooms Rack. Neue Backrooms Game. Aber bis jetzt keiner... Bruder, wir sind doch wieder im Anfallraum, Alter. Man denkt das immer. Es sieht wieder alles gleich aus. Es sieht gerade immer gleich aus. Wird schon am Monster ein bisschen. Boah. Ich wollte gerade schon sagen, keine Monster. Ich habe das Gefühl, dass wir langsam geselt bekommen. Die unendlichen Backrooms. Wieder eine Tür. Wo? Meine Kraft hat mich wieder weggekickt. Alter. Geht da eine Taschenlampe aus? Naja, die geht noch. Aber in was für einem Kerker sind wir hier? Also eben war ja oben ein Monster. Wo? Angeteasert. Wo? Das Büro. Was liegt da? Steckdosen. Auf dem Boden. Meinst du, kann der was looten? Nein. Oder? Noch eine Taschenlampe? Oh. Kann man doch Multiplayer spielen? Ne? Die ist fett. Kann man die nehmen? Das ist eine Lampe einfach. Das ist eine Bürolampe. Klasse. Boah. Was für ein Flur. Was ist das? Die Spam einfach Räume. Die Spam einfach Büroräume. Die Spam einfach Büroräume. Ja Mann. Oder? Die wollen doch einen Gagger im Kopf machen. Was ist die Hölle? Die wollen das mal in der Kardi. Was ist das? Einfach nur einen Raum nach dem nächsten. Wohin soll das führen? Wohin soll das führen? Wohin soll das führen? Man lenkt sich auch. Soll man einfach geradeaus gehen? Ja Mann. Das geht hier auf einmal lang. Wie random soll es sein, Alter? All in, Digga. Was ist da rechts? Guck mal rechts. Oh. Oh, draußen. Alter. Bruder, wie groß ist das? Das sind alles Backrooms. Leute. Man sieht, gegenüber waren wir eben in dem Gebäude. Statement. Wir sind am Arsch. Wir sind hier. Oh mein Gott. Das heißt, da. Ihr seid ja gefangen. Ey, ihr würdet doch Krankenkopf werden. Und ihr seid die ganze Zeit alleine. Man dreht doch durch. Hey, wo geht das schon? Das ist einfach unendlich. Soll ich mal gucken, ob die auf geht? Aber ansonsten laufe ich, glaube ich, einfach geradeaus durch. Nee, geht gar nicht. Doch. Ich glaube, alle gehen auf. Aber egal. Gut. Ahja, warm ja. Okay. Leute, lauf einfach. Zieh durch, Bruder. Wir ziehen durch. Wir ziehen durch. Und zurück. Was? In den Backrooms, Bruder. Bro. Hä? Lol. Das war eben. Das war eben auch schon. Ich sag ja, die spammen einfach die gleichen Gebäude. Die gleichen Räume. Ohne Monster. Ohne nichts. Was? Oh, super. Aber daran merkt man, es geht anscheinend weiter. Hup, steht da. Kamera? Oh, oh. Okay. Jetzt prässt du rein, oder? Hä? Hä? Wenn denn? Bete dir verfolgt, bis jetzt nicht, ne? Nicht, dass wir wüssten. Wir hören immer nur so im Schachten. Ja. Klimpern. Aber sonst? Wir haben so einen Stift aufgenommen. Zeichnen steht was auf Einstellung. Achso. Das stimmt, wir haben irgendein Stift eben. Zeichnen? Oh. Mittlere. M-I-D-M-B. Ist das mittlere Maustaste? R-B? Ah, das hier, ne? Ah, hier. Mittlere Maustaste. Drück mal drauf. Geh mal raus. Drück mal. Mittlere Maustaste. Du was zeichnen kannst? Hä? 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 Du musst das zeichnen. Ach du Scheiße, ich mach auf deine Wand. Okay, bringt das aber was? Oh ja. Einen dicken Spanny dann. Wohl. Hier mach so. Ach, wir können Sachen markieren, so. Ah, aber ist jetzt optional? Ja, gerade sind wir hier. Also gerade ist... Hätten wir am Anfang gebraucht eigentlich. Oh, der... Hä? Der geht voll leer. Ja, ist wie real life weiter. Krass. Zeichnen im Simulator. Oder drücken das hier? Ich schwör. Jeder in der Grundschule hat das gemacht. Wer hat... Wer hat eine... Unabhängig von TikTok und so damals. Das war doch schon so... Warum kommt man auf sowas? Warum jedes Kind kommt auf sowas? Jedes Kind. Das ist so universal Gangster-Zeichen. Habt ihr das auch gemacht oder nicht? Wie habt ihr das genannt? Auch Gangster-Zeichen? Gangster-S oder so. Gangster-Zeichen. Leute... Ey, ich kann euch mal warten. Oh, das ist begrenzt. Aber das muss näher ran. Warum hat das jeder gemacht? Ey, warum? Ich weiß nicht mehr den Grund. Damals gab es kein Internet, Bruder. Wie gesagt... Wie kommt man darauf? 90er Kids. Weißt du? Das kennt doch jeder, oder? Wer kennt's? Ja, man. Aber keiner weiß mehr warum. Einer hat's gemacht, alle machen's. Schnauze! Ja, ist ein neuer Sound aber. Der war neu, der war neu. Ich weiß sogar noch genau, wer mir den beigebracht hat. Warum? Hat man das einfach gemacht? Ist so, ne? War einfach so'n Ding. Riecht random. Nee, da konnte mal ein bisschen Graffiti... Hm. Jetzt brauchen wir den Stift, glaub's. Ach so. Also kannst du markieren, wo du warst, ne? Genau, genau, genau. Einfach... Irgendeinen Klecks da machen. Klecks. Klecks, Klecks, Klecks. Klecks, Klecks. Geht die leer immer, die Taschen? Die flackert so. Ab und zu mach ich mal aus einfach. Mhm. Ein weiterer Schacht. Eigentlich müsste das Spiel draußen nur rumzugehen, ne? Ja, aber bis jetzt... Ich hab so gedacht... Was kommt hier alles? Einfach nur trocken Backrooms eigentlich. Noch aneinander gepresst. Ja, Mann. Ja, man. Die haben sich gemütlich gemacht. Ohne Sinn, ja, Mann. Also... Zehn Euro, Steam, ist schon ne Handlage. Ich glaub, zehn Euro, die haben wahrscheinlich... Wenn da eben nicht mehr was passiert, ist schon krass. Meilenweite... Ist schon krass. Maps aneinander geklatscht. Du weißt gar nicht, wie viel dieses Escape the Backrooms kostet? Zehn Euro dafür, dass man hier zehn Stunden rumgehen kann. Ja, so ohne Monster und so. Hä? War da grad ein Autosymbol? Teufelraum, ja. Oh shit. Die Red Rooms. Oh mein Gott. Hört sich spannend. Was geht hier ab, Mann? Soll ich rein? Oh mein Gott. Geht's jetzt los? Das war alles ein Meme? Kann sein. So ging's ja fast krank auch einfach, ne? Ich glaub wegen dem ganzen Schimmel und so. Ja, stimmt. Ist es. Du hilft mir, sagt jemand. Oh, immer dann hilft mir da hingeschrieben. Hat jemand auch gezeichnet. Hat auch jemand Stift und Papier? Ist da, müssen wir jemanden finden. Ich guck, ob ich mal einen Stift habe. Äh, okay. Ich gebe ihm ein Zeichen. Oh, warte. Er hat da die Tage markiert. Ah. Er hätte richtig falsch geschrieben. Man macht dabei einen fünften Strich. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ich glaube, der ist komplett verwirrt. Also schreibt mal hier. Loll. Und hier nochmal. Hi. Okay. Das ist einfach, der antwortet jetzt. Und Geist. Geh weiter. Davos. Oh. Er hat etwas markiert. Okay, Pfeile. Oh. Oh nein. Oh nein. Rennen, Bruder. Rennen. Oh. Oh. Oh, ich habe mich nicht mehr aufgedacht. Oh. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Rechts, rechts, rechts. Geh da lang. Rennen, Bruder, renn. Der Queen! Weiter, 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 geradeaus, geradeaus. Rechts. Nein, ist abgehängt. Guck nach hinten. Ich glaube, er ist weg. Okay, Leute, jetzt gehts ein bisschen mehr ab. Das ist das original Backrooms Monster, ne? Das war schon... Oh. In dem 1 Spiel war auch genau das Monster am Anfang. Ja. Leute, Welpenschutz vorbei, jetzt gehts ab. Okay. Wir atmen, wir sind richtig am Arsch. Oh. Komplett Angst. Von da kam ich, glaube ich. Ja, von da kam es. Wir haben uns eingeschissen. Er weint einfach. Er weint. Feierabend mit uns. 4 geht runter. Man kann sich... Alter. Kommt der aus dem Schlitz da gerade raus? Ich weiß es nicht, Digga. Kommt nach hinten. Kommt nach hinten. Oh mein Gott, rennen, Bruder. Wow. Boah, ist das gerassig, ne? Ja, ja, perfekt. Weiter, weiter, weiter. Oh, nur reden, ohne reden. Alter, da wird unser Fleisch wieder geschreit. Ja, geht da rein, geht da rein. Oh, stark, stark, stark. Oh, weiter, 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 weiter. Es ist ein anderer. Stark, stark, stark. Weiter, 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 weiter. Es ist genau hinter uns. Let's gooo! Oh! Die Geräusche sind so nah, ne? Oh, oh. Sind wir im Hospital? Hospital 666. Anomalien finden? Mhm. Ist der? Ja, Mann. Der Bruder hat Hunger, der sah richtig ausgehungert aus. Der wollte auf Masse gehen. Ja, ein bisschen Keusch husten. Der ist der Bruder hat eine ganze Bedeutung. Äh. Drin Wiener, der ist der Herrscher, der in den der in den Z staten zu erzeugen. Gehts weiter? Und dann noch, was war das denn noch? Wir haben einen Euro für Games ausgebaut, die krassere Qualität hatten. Alles brutaler. Mit Abstand, die haben das schlechteste Backrooms-Game bisher. Dafür haben wir 10 Euro ausgegeben, bis wir durch 100 Millionen Backrooms laufen, bis am Ende ein Monster kommt. Die haben einfach nur den Hype ausgenommen. Bro, was ist das denn? Zur Relation haben wir krassere Games gezockt. Backroom Hype war glaube ich 2020 oder so. Ach so. Okay, aber... Hä? Alpha-Version, Bruder! Komplette Enttäuschung! Ich bin nur rumgerannt. Am Ende wurde es interessanter. Da kam ein Strichmännchen, krasse Sounds und das war's. Gerade wurde es spannend und dann hört es auf. Und hast du doch am Ende gesehen, wie random ich da weggeflogen bin? So voll reingekuttet oder so? Bro! Alter, was war das denn? Komplette Enttäuschung leider. Egal, Leute, wenn ihr krassere Backroom Games kennt, schreibt sie rein, Mann. Wir zocken die, das können wir ja locker toppen. Genau, also das muss ja easy zocken. Also nach dem zocken wir alles, um das zu verkleichen. Genau, es war nicht mal Monster am Anfang, das dann verfolgt. Wir sind rumgegangen in leeren Räumen. Wäre der so ein Stalker oder so? Der ab und zu einen stalkt? Ich schwör, sowas. Oh, da gibt es echt Free-to-Play-Games, die sind 10 mal krasser. Also leider enttäuschend. Ja, Mann, man kann es nicht immer wissen. Ja, Mann, trotzdem. Wir testen alles, was ihr wisst. Schreibt es rein, was wir testen sollen. Abonniert den Kanal, aktiviert den Glocke, können wir uns aufpassen, Leute. Schreibt uns auf die Beschreibung, ihr wisst doch Bescheid, Leute. Hilfe!